Dunkle Machenschaften RT-USA unter Sanktionen wegen Russlands Wahleinmischung, die Vorwürfe gegen RT-USA und die besorgniserregenden Praktiken wie Wahleinmischung durch Desinformation sind in der Tat ernst zu nehmen. Das US-Justizministerium hat in der vergangenen Zeit verstärkt Maßnahmen ergriffen, um ausländische Einflussnahmen auf die amerikanische Demokratie zu bekämpfen. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Deepfakes zur Verbreitung von Fehlinformationen stellt eine neue Dimension der Manipulation dar, die es zu regulieren gilt. Solche Technologien können dazu führen, dass Bürger in ihrer Meinungsbildung stark beeinflusst werden, was die Integrität demokratischer Prozesse gefährdet. Die Sanktionen gegen RT-USA sind ein Versuch, diese Aktivitäten einzudämmen und die Öffentlichkeit vor manipulativen Inhalten zu schützen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen auf die Berichterstattung und die Verbreitung von Informationen in den USA auswirken werden, insbesondere im Vorfeld wichtiger Wahlen.